hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen let's play von happy wheels ja meine stimme ist noch leicht nasal aber das wird sich denke ich mal morgen oder übermorgen ändern aber auf jeden fall hat sie jetzt eine menge ausdauer wieder das heißt wir können plappern bis zum geht nicht mehr und wie brosen jetzt nach levels neuer auto hat mich jetzt glaube ich nicht angeschrieben deswegen gehen wir mal nach rating lasst ihr zeit jungen lasst ihr zeit ich habe zeit ich habe zeit und today man dauert auch nie so lange hier so wie heikel glass break impossible harpoon nein wie heikel my first rock swing dann nehmen wir mal ein roter strich ein roter faden zieht sich durch mein leben wieso gibt es einen raum and right way to this is unfair kompakt in die ecke gepresst nein nein halte ich fest wäre dich wäre dich dagegen nein embryonalstellung so bin ich sicher okay so und noch mal rein da so jetzt ist aber richtig wcf random wcf muss ich mich irgendwo festhalten oder muss ich einfach nur durchfahren ja okay ich muss es durch fallen normalerweise müsste ich mir die beine brechen ob you have fun ja ich gebe mal vier also war ja schon es war lustig stop segel ist schon mehr wobschen dann schön groß bringen mit indianer penis indianer penis indianer penis du bürger der scheiße indianer penis du bürger du bürger mine guter dur überdeckte 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 noch überdeckte Auer in die jahre nach P das war auch genau überdeckte überdeckte durch nein nein umdrehen umdrehen k Auer nein 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 Uuuuuh ja ich hoffe es auch ohne wie heikel du 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 Indianer Penis braucht kein wie heikel er rutscht Tja das war ein bisschen kurz ich gebe mal drei Sterne hmmm wieder Robeswing was ist denn los heute nur Robeswing Level made by i hadstim mhm ja mhm diese Küchen üppendorf wer das nicht kennt das ähm klein Ankara uuuuuh wenn ich weiß was Ankara ist der deutsche Google wie soll man denn mittelschöner reinkommen ho ho aah ja richtig ins Popöchen rein hallöchen Popöchen äh nein hohoho ja ja komm zieh dich hoch aah zieh dich hoch aah zieh dich hoch aah 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 schade ta da 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 Indiana Penis und das ist der Sack Penis Guy wow nein nicht Oh WTF ey ta da da Joan 问 gibt drei sternen das indiana jones level das war ein bisschen war nicht beides nicht so gut aber ja es geht schöner leute es geht schöner glas rope swing man nur noch ropes wings hier oh my gosh ich muss mich irgendwie umdrehen ja brauche ich doch brauche ich dürfte über neidrede ich um so und jetzt indiana penis naja ich nein andersrum jetzt kämpft dich mal hoch junger so jetzt aber ja sicher das war auch nicht gut das war einfach nicht gut ich fand es echt nicht gut ich hab sie jetzt sogar ohne arme geschafft my first one map oh ja papi ich will ein knoppers das passiert mit ihnen die knoppers wollen sie werden aufgespießt ich fahre geradeaus auf einer langen straße die niemals ein ende hat erst mal timi loswerden hier stirbt so nein nein ja ja nein 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 er sagt gar kein damit mehr verstehe ich schon die responsable bad ja 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 das ist das ist einfach oh timi es war halt ob stark ich gebe auch wieder man da sind aber auch heute nicht so die knallerbeine langweilig ist langweilig die langweilig ja super ja super das ist ja der typ ist ein pro ich muss glaube ich direkt loslassen es geht nicht es geht nicht es geht nicht es geht nicht okay ich muss ihn anders nehmen ich denke mal den pogo stick penis hey okay wir nehmen den segue guy den segue guy ach guck mal das geht w t mh liebeskugeln wo d u toll ist nicht mein kopf hier drin eh 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 ih das leidet da voll hoch ey ibar 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 lalalala ah u ho wo du 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 und nein ich flutsch da weg hier auch so das darf doch gar nicht wahr sein ich komme es ja gar nicht mehr fassen hier das ist ja vom organische möglichkeit meine jüte nein das kann ja gar nicht wahr sein immer aus dieser blöde diese blöde rap ich komme es denn ich verstehe ja ich mir wurde schon gesagt ich soll mein ganzes video und sechse sprechen aber so viel sechse ich kann ich dann auch nicht ich denke mal ich muss mich ich denke aber ich müssen wir auch festhalten alle sehen und dann müsste ich mir umdrehen aber ich habe nicht genug arme ich habe meine arme sind sich woche hat nix in ich hab nix in ihr ach guck mal da schon was zu drei sterne war auch nicht so toll ähm epic sword throw was machen die denn da und was macht er hahaha indianer penis indianer penis ist aber richtig am abgehen du Der muss auf jeden Fall mal... Oh, jetzt habe ich mich selbst getötet. Auf Indiana-Penis. Der muss auf jeden Fall getroffen. Nein. Oh, ey. Diese die man behindert, diese Spiele, diese Macher. So, Indiana-Penis. Ach, fahm. Oh. Oh, er hat ihr den Kopf weggefickt. Seht ihr das? Oh, Entschuldigung. Er hat ihr den Kopf weggefickt. Und die ist die ganze Zeit... Oh, er hat ihr den Kopf weggefickt. Oh, ich musste nochmal sehen, ey. Er hat ihr den Kopf weggefickt. Ja, ja, ja. Oh, ja, das gefällt ihr. So, ich sage, du Madl. Der hat ihr schon wieder den Kopf weggefickt. Oh, Scheiße, ey. Ja, sorry, wenn mein Lachen euch nervt. Aber ich kann von meinem Lachen leider nichts. Aber ich finde das einfach nur episch. Ah, ich muss, glaube ich, da hinten treffen. Ja, 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 fall runter. Sauber. Allein wegen dieser Szene, Krise 5G. Ich habe halt ein penetrieren, aber normalerweise habe ich nicht so ein penetrierendes Lachen. Kommt vielleicht daher, dass ich krank bin. Pogo-Course Pro-Demo. WCF, alter. Nein. Dammit. Nee, ach, darauf habe ich gar keinen Bock. Darauf habe ich keinen Bock. Weißt du? Weißt du? Ich habe darauf keinen Bock. Don't move cannons. Nee, wir laden ein paar neue Level hier, see. Get ready for Level 2. Minecraft Swat Throw. Was sind das denn für Elefantendödel? Creep. Boah, ist das schlecht. Das ist so schlecht, ne? Ich kriege dafür nur zwei Sterne. Wenn die wenigstens aussehen würden wie Creeper oder so, aber... So. First Class Break. Kid dies. Ähm... Indiana Penis. Oh, Frozen Kid. Ich glaube... Da sollte ich nicht mit Indiana Penis. Ähm... Auch nicht mit dem Segway Guy. Wieso sterbe ich denn? Toll, jetzt ist das Kind tot. Und jetzt? Hui. Press Z. Okay. Okay. Geh doch da rein. Geh da rein. Oh. Ja. Oh nein. Ja, das ist... Nee, das ist nicht so toll. Ich bewerte es besser gar nicht. Obstakkelkurs. Oh, 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 oh. Oh ja. Damn it. Das ist doch kein Obstakkel. Ja, ich... Ich lebe noch. Ich lebe noch. Slow. Oh, oh, ja. Nein. Ey. Ho. Nein. 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 Oh, schade. Nein. Haha, Timmy fliegt weg. Haha, nein, nein, langsam. Oh, du Idiot. Yay. Wie? Oh, my God. Oh, schade, hier geht es noch weiter. Warte mal. Wir sollen uns mal backboxen. Ja. Ja. Ja, ja, ich lebe noch, ich lebe noch, ich lebe noch, ich lebe noch. Oh, nein. Nein, jetzt nicht mehr. Stoß mich mal weg. Stoß mich weg. Nein. Ja, genau. Hahaha. So, jetzt stehen bleiben. Ja, danke. Oh, nein. Mein Fahrrad ist kaputt. I. Hau mich weg, hau mich weg, hau mich weg. Boah. Slow. Ja, ja, gehe ich jetzt auch. Ich werde jetzt slow. Nein. Jetzt war ich zu slow. Ja. Ja. Ich lebe noch, ich lebe noch. Nein. No. Oh. Oh. Ja, ja, stoß mich weg. Oh, nicht. Ja, weiter, Mann. Ja, Timmy, schütz mich. Genau. Ja, 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 ja. Mhmm. Fleischsalat. Uah. Uah. I. Ih. Das ist eklig. Der Mann, der hält aus, der kann mad ab. Der kann mad ab. Jetzt ist da gar keine Arme mehr. Fuck, alter Scheiße. Jetzt, jetzt, hau mich weg. Nein. jetzt bin ich team losgeworden aber jetzt habe ich die mini wieder nicht gesehen ja immer richtig in den anus rein das gefällt mir der ist voll am zittern ja ich würde auch wenn ich so viele feile im körper wieso zerreißt sich denn in der mitte junge oh nein schade ich hätte jetzt zu den damen über die rakete stülpen müssen ich habe teamis fuß in meinem jetzt habe ich mein bein verloren langsam 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 nein nein wieso denn der kopf wieso ich war fast fertig war durch kommen wir in das thema als durch ich gebe dem ganzen einfach mal vier sterne einer bezogen wir noch unruhle will bia zocken noch jammer let's play rooms zog ich jetzt einfach mal rumorens bei kennt heute geschossen das ist aber schon geil gemacht alle zwei sekunden aua hey okay okay nein 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 fly teamis lieb ja genau genau junge so ist das richtig warte warte warten nein 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 wieso denn der kopf warten warte ja genau ich bin so dumm 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 ja und und durch und durch du schaffst du schaffst du schaffst du schaffst das ja so bremse jetzt 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 nein ne 안jות sterben Nein, nein. Timmy lebt noch. Timmy lebt nicht mehr. Okay, drei Versuche gebe ich noch. Mir selber. Nein. Oh, ich bin so blöd. Ich bin so blöd, gell? Mann. Jetzt aber. Komm, du schaffst das. Nein. Bremse. Mann, wieso? Zwei Versuche noch. Ja, gut gemacht. Darius gut. So ist das richtig. Nein, nein. Oh, scheiße. Okay, so reicht das. Nein. Jetzt aber. Komm, 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 komm. Oh, wieso? Ein Versuch noch. Ein Versuch noch. Puh, einfach durch, einfach durch, einfach durch, einfach. Okay, Leute. Das war ein weiterer Part von Let's Play. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns im nächsten. Bis denn, Leute. Ciao. 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 Ciao.